Mein Name ist Vanessa Grau und das ist meine Diakonie. Frag mich. Mit den Vorurteilen, dass man beim kirchlichen Träger jeden Tag beten musste, bin ich tatsächlich auch schon in meiner Zeit der Bewerbung in Kontakt gekommen, vor allem bei Freunden und Familie. Und ja, das ist hier gar nicht so. Man kann zwar den Glauben aktiv bei seiner Arbeit mit einbinden, zum Beispiel in unseren Andachten oder auch den Einführungsgottesdiensten, aber all das ist freiwillig und keiner verurteilt einen dafür, wenn man nicht teilnimmt. Mein Name ist Vanessa Grau und das ist meine Diakonie.